ok willkommen zum zweiten teil des effektpedals ich habe jetzt hier in der ja nachdem ich letztes mal aufgehört habe habe ich jetzt quasi dieses eine bord hier noch fertig gemacht und jetzt kümmern wir uns um das haupt bord und da ist es jetzt so dass auf der platine eben alles quasi beschriftet ist welche komponente welche sein soll aber steht halt zum beispiel so was drauf wie 18 r 10 r 14 c 12 und so weiter das heißt der widerstandswert steht nicht drauf ich habe mir also den schaltplan hergenommen und habe mir sämtliche widerstandswerte rausgeschrieben damit ich weiß welcher widerstand welcher ist weil sonst dauert das ewigkeiten und ich fange jetzt einfach mal an ich fange jetzt mal oben links mit den widerständen an und r 19 sind 20 kilo ohm 20 kilo ohm und ich hoffe jetzt mal dass die wieder schnell tatsächlich richtig beschriftet sind das dürfte 20k sein noch mal kurz damit checken bei dem hier weil ich die schrift nicht lesen kann widerstand ist hier 19,53 kilo ohm das zählt als 20 kilo ohm würde ich sagen bei so hohen widerstandswerten ist die genauigkeit dann glaube ich also 19 20 k hier ich und ich habe mir jetzt auch ein etwas dünneres lötzinn genommen das sind 0,7 quadratmillimeter für diejenigen die es interessieren sollte wunderbar ok wer hätte das denn ahnen können also ich habe jetzt alles mögliche an widerständen hier drauf gelötet und dann ist mir aufgefallen sag mal irgendwie passt das nicht so ganz ich habe jetzt hier quasi die fehlenden widerstände also die widerstände die ich noch nicht aufgelötet habe drauf geschrieben und den eigentlichen wert den diese widerstände haben sollten ja das heißt r16 sollte 12k sein r17 sollte 12k sein r20 sollte 10k sein r2 511k r61k und r7 noch mal 12k laut der packungsbeilage hätte ich schon gesagt sind auch 7 mal 12k da drin ich habe aber nur 4 mal 12k gezählt das heißt ja die fehlen jetzt ja das heißt ich muss jetzt ein bisschen improvisieren und ich weiß nicht genau wie das jetzt die ja wie das jetzt dieses ding beeinflussen wird was ich da habe ich habe hier 10k widerstände habe ich hier im kit war noch ein 2,2k das könnt ihr gar nicht sehen sorry war noch ein 2,2k widerstand von dem ich nicht weiß wohin gehört es war ein 510k widerstand dabei anstatt einem 511k das heißt ich werde den einfach für den 510k 511k nehmen so rum ja 10k wird 10k werden und ja 12k habe ich halt tatsächlich leider nicht da da werde ich jetzt auch einfach mal je nachdem wie mir das dann strich durch die rechnung machen wird werde ich das aber sehen weil das halt dann eine andere farbe an widerständen ist werde ich anstatt den 12k widerständen auch die 10k widerstände hier rein dübeln und ja dann gucken wir mal wie sehr ich mir damit ins bein schieße ich löte mal weiter ok wir sind jetzt mit den ganzen widerständen fertig und ich habe jetzt die widerstände deren werte ich quasi auswechseln musste also die nicht der original wert sind die habe ich jetzt hier mal rot markiert das heißt das sind die beiden hier und der hier das sind jeweils die die ähm was waren das 12k ohm waren das die ich durch 10k ohm ersetzen musste weil ich nichts anderes da habe ähm die diode habe ich auch drauf gemacht die eine ähm die ist einfach nur um die ähm hier um vor polen zu verhindern gut als nächstes sollen wir nach anleitung wohl die ICs und Sockel hier drauf tun und dann kommen die Transistoren und bzw. der eine Transistor und dann die ganzen Kondensatoren hier ich bin angeschlossen weil wenn man mit ICs arbeitet manche sind da ja relativ empfindlich du bist ein Transistor den brauchen wir jetzt erstmal noch nicht ok das ist relativ simpel weil es gibt zwei IC Sockel auf diesem Ding und zwei ICs wer hätte es gedacht hier ist der andere IC das heißt wir löten jetzt glaube ich erstmal den kleinen Sockel immer erstmal kurz gucken wie die Beinchen aussehen die sehen aber recht gut aus hier ähm und dann darauf achten dass die äh auf der Platine eingezeichnete Einkerbung tatsächlich auch die Einkerbung ist die man haben möchte und jetzt nehmen wir wieder unser Stückchen ISO Tape, das von der gestrigen Lötaktion echt ein bisschen Schaden davon getragen hat, vielleicht muss ich das Tape gleich noch aufwechseln und kleben den hier nochmal kurz drauf nochmal kurz checken, Notch auf der Seite, jawohl das passt ähm ach so, ja, Lötze den hätten wir vielleicht auch noch voll können na so öps schön Lötkolben sauber äh wo sind wir jetzt überhaupt genau hier ähm ich löt jetzt erstmal nur ein Beinchen von diesem Sockel fest weil Big Clive mir das so beigebracht hat und guck jetzt mal ob der Sockel einigermaßen gerade sitzt äh noch tut er das tatsächlich nicht so wirklich packen wir das Ding mal kurz hier drauf, na das fehlt auch nicht wirklich was ähm 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 so jetzt sitzt der gut und jetzt können wir das Tipp im Prinzip auch schon weg machen, ja ich mach gleich mal ein neues Stück Tape, ne Sockel sitzt wunderbar, Flasch hier drauf wie man auf englisch sozusagen sagt und jetzt machen wir das fest da war aber noch nicht heiß genug, wenn das Lötze den so furzende Geräusche macht dann weiß man alles klar der, die Stelle war noch nicht heiß genug ähm und deswegen auch tatsächlich erstmal die mit den niedrigsten Komponenten anfangen und dann mit der Komponentenhöhe weiter nach oben gehen, weil äh äh naja wenn man oh ne das passt äh ja wenn man jetzt irgendwie eine Komponente anlötet, die jetzt irgendwie so hoch ist und dann um die Komponente drum herum löten muss, das ist Bach, ne das will man sich nicht antun so so und einige werden mich jetzt schon schimpfen von wegen ah du hast den Ground nicht zuerst angelötet Kinder es ist ein Sockel, ganz ehrlich so den anderen Sockel machen wir jetzt auch gleich, im Prinzip genau dasselbe Spiel hier steht dann continue with ICN transistor socket transistor socket hm wo ist denn der, wo ist denn der Transistor überhaupt, der soll hier sein tatsächlich ähm ich würde auch mal sagen, den löte ich als letztes wobei, na ich weiß es nicht ähm also wir bewegen uns jetzt gerade hier oben in der Platine und hier in der Mitte soll der Transistor rein und links und rechts davon ähm sollen ähm hä ah ne ok sorry war grad verwirrt ja stimmt doch ähm hier in der Mitte soll der Transistor und links und rechts davon sollen jeweils ein Elko ähm hm könnte interessant werden vielleicht mach ich den Transistor dann tatsächlich als erstes aber dann ja so ähm die ICs mach ich jetzt erstmal noch nicht weil ich weiß nicht wie empfinde ich die bezüglich äh 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 ja hier Kriegströmen und so Krempel sind deswegen pack ich den jetzt einfach mal zu dem hier damit die da sich gegenseitig zugucken können so äh jetzt kommen wir zu einem Spaß haufenweise kondensatoren so ist ja mal wieder typisch ne hier steht 63 und es gibt keinen 63 sonst irgendwie viel als einzig was es gibt es ein 68 nano Fahrrad hier steht offensichtlich 10 n drauf das heißt das äh das werden vermutlich 10 nanos sein hier steht drauf ij 63 also nochmal so 63 nano Fahrrad ich hab keine Ahnung muss dann mal nachschlagen ok 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 eigentlich einige von euch haben wahrscheinlich schon angefangen mich anzuschreien in den Kommentaren ja als ob jemand Kommentare schreibt also äh ich hab jetzt rausgefunden wie man die äh werte auf diesen wie heißen die mkt kondensatoren liest äh das hier unten sind Ceramics und da sind Elgos das weiß ich ähm das was hier steht ist Punkt 1 j 63 äh Punkt 1 steht in diesem Fall für 0,1 Mikro Fahrrad also 100 äh nano genau ich muss gar nochmal sagen ähm j ist anscheinend irgendeine Art von Toleranzklasse und 63 sind 63 Volt die die maximal aushalten so jetzt wissen wir das auch ähm so und ähm ja ich hab mir jetzt auch wieder sämtliche Werte für die ganzen Kondensatoren hier rausgeschrieben und hab die hier auf dem Bildschirm das heißt ich kann jetzt einfach Mutter anfangen hier Zeug rein zu braten ähm fangen wir doch mal hier oben an mit C8 äh C8 ist ein 10 nano mkt und ich glaub ich knipse die Beinchen ab so ähm ich glaube dass sowohl die mkt als auch die Ceramics keine Orientierung haben die Elgos haben eine und ich glaub auch was war das jetzt C8 habe ich gesagt C8 10 nano ja passt also der ist jetzt ein bisschen Schöps so ist das schon mal besser und jetzt löten wir noch das andere Beinchen ran hier ich weiß auch nicht wie heiß man die werden äh lassen werden darf ähm so und im Prinzip werde ich das jetzt weil ich möchte euch jetzt nicht damit langweilen das Video wird sowieso schon zu lang äh werde ich jetzt die ganzen anderen Komponenten auch noch anlöten und was ich echt ganz schön gemacht finde ist das folgende ähm dass eben diese wie heißen sie ich kann es nicht merken mkt's dass die eben einen quadratischen oder einen rechteckigen Aufdruck haben ähm die Ceramics also die Keramik zum Beispiel der C10 hier drüben die haben so einen ovalen und die Elgos haben eben hier diesen runden mit entsprechendem Schaltsymbol und eben der Polarität aufgedruckt so jetzt könnt ihr es auch tatsächlich sehen nachdem ich den Fokus eingestellt habe ähm das finde ich echt ganz hübsch gemacht muss ich sagen ähm ja und äh ich werde die ganzen Komponenten jetzt mal auflöten hurra zum Glück habe ich mir meine Zitronenlimonade mitgebracht Drei Wöchen später viele Monate später so viel später dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste Ähm 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 äh äh ich habe gerade aufgeräumt also so den Bereich um den Schreibtisch und ratet mal was ich gefunden habe ja, also im Kit haben keine Widerstände gefehlt ich habe sie leider einfach auf den Boden fallen lassen so, ähm ich habe jetzt natürlich die verkackte Platine schon fertig aber ich glaube ich löte jetzt die 10k Widerstände, die eigentlich 12k Widerstände sein sollten löte ich jetzt nochmal kurz raus mit dem Okulyten hier und ja Schwamm drüber Ok, Endspurt ähm jetzt haben wir im Prinzip nur noch die Potis, um die wir uns kümmern müssen ähm ich habe auch jetzt schon die beiden Strippen von der Platine zum, äh hier, zu der Netzbuchse herangemacht, ähm, was wir jetzt im Prinzip machen müssen ist ja, wie gesagt, die Potis, was ich jetzt aber zuerst mache ist, ich werde jetzt die Versorgungsleitungen hier unten ran machen die werden dann mit diesen Punkten auf der, könnt ihr das einigermaßen sehen sorry, ich habe heute nur einen Scheinwerfer an ähm, weil es ist zu warm ähm, ja genau das heißt, wir werden diese Leitungen jetzt äh, ich muss sie zum Glück nicht abisolieren weil sie sind bereits, äh generöserweise sind sie bereits für mich abisoliert worden das heißt, ich muss sie jetzt nochmal kurz verzinnen und dazu nehmen wir uns mal kurz den hier das heißt, ich mache jetzt einfach nur diese Teilchen weg und verziehen die Kabel ihr kennt die Übung so Käfchen Hashtag Not Sponsored ähm so also, so jetzt knöppeln wir die Kabel hier dran und ähm das wird jetzt dann so sein ich hole mal kurz das Gehäuse hierher ähm das hier ist quasi die Seite, die in der Platine so eingebaut wird also das wird dann nachher hier so drin sein ähm und die Kabel müssen jetzt quasi von hier nach da ähm und ich werde jetzt, denke ich mal die Leitungen an der Platine hier sorry ich werde die Leitungen an der Platine hier jetzt quasi hier von unten anmachen äh damit ich sie unterhalb der Buchsen verlegen kann also quasi hier runter ähm genau das heißt äh ich mache jetzt mal kurz für dumm Tim mache ich jetzt mal kurz eine Markierung dass ich die sich hier haben möchte so doch ja äh schlimm äh so jetzt muss ich nur noch kurz äh die Farbcodes nachschlagen äh meine Jüte Wiring-Guide hier ähm ja gut 9 Volt ist plus wer hätte es äh 9 Volt ist rot wer hätte es gedacht so und ja same procedure as every year so wie ich Möller jetzt die Leitung hier einfach durch und löte sie fest nochmal gucken ob ich das jetzt tatsächlich mit meiner Ohr Technik hinkriege ohne dass ich mir die Pfoten vorbrenne wir werden es gleich verstehen anscheinend ja okay ähm das mache ich jetzt für alle anderen Leitungen und dann melde ich mich nochmal okkile 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 ähm diese vier Leitungen sind jetzt dran jetzt kümmern wir uns um die Potis und da steht in der Anleitung äh put a flat bumper on every potential arm in his bag there was a for preventing touching the pot's bags da fehlt ein Apostroph to the solder joints in the PCB, break off the small metal tab using a small plier. Okay, also heißt wir sollen jetzt auf jedes Puti-Gehäuse hier so einen schwarzen Pinökel drauf machen. Jetzt entfetten wir erstmal kurz jede Rückseite von den Putis, damit das auch gescheit beppt. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was die mit diesem Small Metal Tab meinen, beziehungsweise ich weiß es schon, aber das wird jetzt interessant. Und es gibt jetzt auch verschiedene, also jedes Puti hat eine andere Charakteristik und wir müssen jetzt mal gucken, welche Charakteristik zu welchem Platz auf der Platine gehört. So, jetzt zu diesem Small Metal Tab. Das gibt es natürlich nur an einem Puti und zwar an diesem hier. Und aus welchem Grund auch immer, ist jetzt an dem Puti auch noch eine Mutter drauf, obwohl eigentlich Muttern und Unterlegscheiben dabei sind. Ich finde nur die Tüte gerade nicht. Hier. Und da sind drei Muttern und drei Unterlegscheiben drin. Ah, okay. So, dieses Small Metal Tab ist jetzt dieses Teil hier. Das ist jetzt dieses Dingens hier. dieses kleine Pinöckelchen. Und das müssen wir jetzt abbrechen. Ich weiß nicht so genau, wie man das jetzt mit einer kleinen Zange wegkriegen soll, aber wir probieren das einfach mal. Ich habe irgendwo meine Spitzezange rumliegen, weil ich habe da jetzt schon ein bisschen... Ich habe da jetzt schon etwas Schiss, dass ich da jetzt mehr kaputt mache, als ich kaputt machen sollte. Also, das klappt ja schon mal super. Gut. Schnipps. So, jetzt am besten von den Augen weg. Okay. Das hat ja auch nur so mäßig funktioniert. Das hat funktioniert. So. Lebt man seit. Schneider noch. Der lebt noch. Das ist faszinierend. Diese China-Ware wird immer besser. Also, ähm, gut. Ähm, die Idee ist jetzt die folgende. Ähm, dass man laut Anleitung jetzt erstmal, also ne, Potis hier so drauf und dann ein Füßchen der Potis erstmal, äh, dran macht, damit die Potis in der richtigen Position sind. Äh, dann die Platine im Gehäuse versenkt, die Potis von der anderen Seite festschraubt und dann alle anderen Füße der Potis festmacht, ähm, um halt irgendwie den, ne, nicht beim Einbauen so viel, äh, mechanischen Stress auf diese Potis auszuüben. So, ähm, jetzt muss ich nur mal gucken, welches Poti welches ist. Dazu nehmen wir uns nochmal kurz den Schaltplan zur Hand. Also, fangen wir mal mit P1 an. P1 ist, Moment, das ist P4, P2, P3. Wo ist P1? Da ist P1. Äh, P1 ist 25 Kiloohm logarithmisch. Ähm, das sind 50 Kiloohm logarithmisch, 10 Kiloohm, 25 Kiloohm logarithmisch. So. 50 Kiloohm logarithmisch und A50. Und da sind 10K linear. Okay, ähm, auf den Potis, falls es euch interessieren sollte, und das heißt, wenn es euch nicht interessiert, müsst ihr es jetzt trotzdem mitmachen, haha. So. Ähm, auf diesem Potis steht jetzt drauf A25K. Ähm, dieses A steht für eine logarithmische Kennlinie, also sowas hier. Ähm, und 25K heißt eben, es geht, äh, von seiner, von bis zur Maximalstellung. Die Maximalstellung sind dann eben 25 Kiloohm. Äh, was dieses Ding dann quasi an Widerstand erzeugt. So. Ähm, also jetzt nochmal kurz. P1 ist Repeat, ist das hier. So. Und, ähm, naja, es kann nur so rum reingehen, beziehungsweise es könnte auch andersrum reingehen, aber das PCB will von mir, dass ich es so mache. Ähm, ähm, und ich nehme mal an, die sollten jetzt gerade auf der Platine drauf sitzen. Ähm, jetzt nehme ich mal einfach ein bisschen, äh, Klebegedöns. Also, in meinem Fall Uvo Patafix, auch von anderen Herstellern erhältlich. Einfach damit das hier jetzt dran hält und ich in Ruhe löten kann. Oh, und natürlich ist es rausgesprochen. Oh. So, und die anderen mache ich jetzt auch noch und dann machen wir mal einen kleinen Schnitt zum Einbau. Also, ähm, wir haben jetzt die, äh, ein Beinchen sämtlicher vier Potis, äh, dran gedübelt und jetzt bauen wir mal die Platine hier ein. Oh, ich sehe schon ein Problem. Okay, gut. Also, jetzt machen wir erstmal überall die Unterlegscheiben drauf. So, was bist du jetzt für ein, bist du ein Zehner oder ein Dreizehner? Gucken wir mal kurz. Okay. So, jetzt kommt der total spaßige Teil dieser Angelegenheit. Und zwar müssen wir jetzt alle Verbindungen noch machen. Und bei den Potis sehe ich jetzt ein ganz, ganz dickes Problem. Und zwar, wie zum, ne, wie zur Hölle soll ich an die dieses Beinchen hier reinkommen. Das ist mitten da drin. Ich muss dann irgendwie so seitlich da so, oh Gott. Das wird scheiße. Das wird nicht gut, sag ich euch. Weil, das ist. Oh. Yo, that is tight. das war jetzt nämlich auch der grund warum ich diesen einen chip hier noch mal aus seinem sockel rausgenommen habe damit ich besser an den dingens hier rankommen jetzt fehlen noch die beiden kandidaten hier oben und diese vier stritten die ich eigentlich echt noch mal hätte kürzen können aber ist mir jetzt glaube ich auch bumpe was ich jetzt bei diesen effektpedalen gelesen habe und was auch in der anleitung so drin steht man soll masse mit dem mit dem inneren also quasi mit diesem pin dieses steckers verbinden das dachte ich mir zuerst mal das kann doch irgendwie nicht richtig sein aber anscheinend ist das bei effekt geräten relativ häufig dass sie quasi mitte negativ sind das kenne ich ansonsten eigentlich nur von naja sony ladegeräten ehrlich gesagt und alles andere was ich sonst so rumfliegen habe ist center positive also müssen wir jetzt aufpassen und ich muss jetzt erstmal rausfinden was da überhaupt mitte ist also das große ding hier der hier also wir können das überhaupt nicht sehen verzeihung der hier der ist mitte vor nix dosen so jetzt noch mal kurz nach den farben gucken wo habe ich jetzt die anleitung geschmissen also so gut also ich habe jetzt sämtliche leitungen mehr oder weniger dran gelötet ich habe jetzt hier auf diesem stecker habe ich 9 volt mit negativ das habe ich mit dem dingens bummens mit multimeter überprüft diese neuen volt kommen jetzt aus meinem labor netzteil raus so jetzt schalte ich immer den strom noch explodiert nichts wird nicht warm es tut sich aber gut ich habe rausgefunden woran jetzt erstmal die initiale fehler lag und zwar mein holstecker adapter heißt das glaube ich so ich glaube es heißt holstecker der hat irgendwie keinen richtigen kontakt hergestellt weswegen jetzt einfach mal kurz direkt innen drin an bord die spannung angelegt habe also noch ist die spannung nicht angelegt ich gebe es auch mal kurz drauf so das ding zieht entspannte 19 milliampere wenn nichts drauf ist und ihr könnt jetzt auch sehen die led geht an also das ding tut jetzt tatsächlich was so jetzt heißt das dass wir den ganzen klumpatsch hier mal anklemmen so das heißt in kommt jetzt hier von der guitar und jetzt geht an meinen gitarrenverstärker das im übrigen ein beschissener verstärker ist nur falls irgendjemand gedacht hatte ich hätte hier gutes equipment nein habe ich nicht so momentan sollte es sich einfach überhaupt nichts tun weil ich jetzt einfach passt du an habe warum ist hier so viel gehen drauf okay und jetzt mal gucken es rauscht schon mal einiges hey der ist lustig jetzt haben wir hier den Edelbeis Ich habe zu lange Fingernägel. Okay, ich spiele hier mal noch ein bisschen rum und vielleicht kommt jetzt an auch noch quasi ein Sample, das ich richtig aufgenommen habe. Und jetzt sind wir wieder clean. Gut, ja, im Prinzip das Ding läuft und jetzt muss ich nur noch ein Netzteil finden, das hier tatsächlich reinpasst. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal.